Parivrita Vasishthasana ist der drehende Seitstütz. Raffaella zeigt, wie es geht. Vom Vierfüßlerstand ausgehend halte die rechte Hand am Boden und hebe dann das linke Knie hoch und gib dann die, du bist mit der rechten Hand auf den Boden und du hebst das rechte Knie hoch und du fasst mit der Außenseite des Unterarms gegen die Außenseite des Knies und drehst den Kopf nach rechts. Das ist Parivrita Vasishthasana, der drehende Seitstütz.